Moin Leute, herzlich willkommen hier auf dem Frühling von Kalle, den Ultramapper. Ja, die alte Frühling. Sie hatte ein Map-Update. Ja, und dann hat der Svenny sich gedacht, du weißt, was? Ich hab Bock auf die Frühling. Ja, wir sind hier ganz am Anfang. Nix passiert, ihr seht's. Ja, ich bin gerade am Tiere versorgen und so. Das muss ja auch sein. Das ist das erste, was wir jetzt hier machen müssen. Wir spielen hier mit Fergie. Ich hab den Kalle halt mal gefragt, was sein Wunsch ist. Und er spielt hier mit Fergie. Oder Fergie ist so sein Ding. Deswegen haben wir jetzt Fergie. Wir haben bis jetzt zwei Schlepper. Den Wagen. Hier noch ein Wagen. Und mehr besitzen wir ihn nicht. Ja, und ein bisschen Land. Ja, und ein paar Kühe, ein paar Hühner und zwei Pferde. Die müssen wir noch umbenennen. Wir sind also noch ein Seher am Anfang. Und ich hab mir gedacht, das können wir auch mal diesmal zusammen machen. Ja, wir müssen das ja nicht immer alleine machen. Jetzt habe ich euch gleich, was wir an Land besitzen. Es ist gesagt, ja, ich hab's ja gesagt. Wir besitzen hier so gut wie gar nichts. Ähm, das ist halt so. Ähm, das einzigste, was wir besitzen, zeige ich euch gleich. So, warte mal eben hier an. Mach mal L. Mach mal Q. Danke. Wir besitzen ein Massey Ferguson S5 oder so. Ja, ein kleiner. Mit Towerfrontlader. Äh, nichts Spektakuläres. Ich hab unsere Kühe verseucht. Ja, wir haben... Lass mich lügen. Ich hab gerade noch... Bulle Henry ist da, ne? 15 Milchkühe und 10 Fersen. Die habe ich verseucht. Sind komischerweise Strohpellets drin? Ne, ich weiß es nicht. Die Schafe haben wir ja auch noch. Die darf ich ja auch nicht vergessen. Ja, Hühner und Pferde. Jetzt habe ich zu wenig Heu gekauft. Ja. Ne, alt Mischwogen, ne? Ich habe mich hier für dieses alte Trödl-Teil entschieden, ne? Ist zwar ein russisches Ding, aber ist mir jetzt so egal. Er ist alt gebraucht. Er passt hier erstmal hin, ne? Wie gesagt, wir sind hier am Einrichten. Deswegen habe ich mich heute mal so dafür entschieden. Druck. Dann besitzen wir hier noch so einen Mäuler-Kippe, ne? Und auf Wunsch von Kalle haben wir ein 3630 MF. Das ist unser Ackerwert. Kalle hat mir erzählt, da hat er als Kind immer mit drauf gesessen und durfte mitfahren. Stolz wie Bolle. Und das war so sein Wunsch, Maul. So ein Schlepper, weil ich ihn gefragt habe, was wünschst du dir? Deswegen haben wir jetzt einen 3630 Fergie. Ne, mit Frontgewicht. Wie gesagt, ja. Und die alte Pike. Mehr haben wir nicht. Die sind Battle Arm. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Euro. Landtechnisch habe ich erstmal die 10 gekauft, die 7, die 6, die 12. Ja, da. Und, ähm, zwei Wiesen. Ne, drei Wiesen. Eins, zwei, drei Wiesen. Aber ich glaube, ich habe noch nicht mal pro Sitzen Formen gekauft. Siehst du? Bogeninformationen kaufen. Ja. Habe ich auch noch nicht gemacht. Kannst du mal sehen, ne? Ich habe noch nichts gemacht. Ne, habe ich auch noch nicht. Ich habe mir gedacht, wie gesagt, wir können das auch mal ausnahmsweise zusammen machen. Sonst mache ich das ja immer alleine, aber ich finde das auch mal ganz cool. Wenn man so ein bisschen zusammen den Hof einrichtet, damit ihr das auch so ein bisschen immer nachvollziehen könnt, wie was zustande kommt, ne? Ähm. Fand ich ganz cool. Nee, ganz ehrlich. So. Lange Rede, gar keinen Sinn, bevor wir jetzt hier wieder 10 Jahre durch die Gegend schnattern und nichts passiert. Wir müssen unsere Viecher versorgen. Weil sonst vergesse ich das wieder. Ja. Das ist erstmal Hauptaugenmerk, ne? Ich weiß noch nicht, wann die Frühling kommt. Ich denke, sie wird so ein bisschen mit für die Stappenbach reinkommen, ne? Stappenbach höre ich ja immer, warum alle 17? Hm, warum machst du alle 17? Es ist schon der 22er draußen. Die Leute haben es immer noch nicht verstanden, ne? Also da bin ich auch mal ganz ehrlich, ne? Noch darf ich ja eigentlich spielen, was ich spielen möchte, oder? Und das ist manchmal echt schwierig. Ja, ich spiele nicht so immer wie andere, dies und das, aber dazu stehe ich auch, ne? So, wir müssen eben die Pferde noch umbenennen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Umbenennen. Und wir haben nur ein Pferd. Das ist Kali. Wie immer. Kali. Bestätigen. Zurück, dann brauchen wir jetzt noch Kali. So, wo ist denn hier der Tiertrigger? Schick. Weiß ich auch. Könnte auch die Interaktion anmachen, ne? Oder das wäre ja wieder viel zu einfach. Hier. Was möchte der Kali denn? Eine Hofflingerstute? Nee, da will ich nur eins von haben. Eine rein. Kaufen. Das müssen wir immer umbenennen, ne? Ist ja der Kali da so alleine. Umbenennen. Das ist die Kali, ne? Wie immer. Kali. Ne. Danke. So, das haben wir. Das läuft, ne? So wollten wir das haben. So, eben fix den Weizen bei den Hühnern rein, ne? Damit die auch ein bisschen glücklich sind. Dann, äh, müssten wir auch zusehen, dass wir ziemlich Zeit nochmal so einen Dreschkasten anstürzen kriegen, ne? Aber wir müssen auch noch die Schafe füttern. Also, wir haben genug Arbeit. Es ist nicht so, als wenn wir hier bei Ormeleute-TV oder so. Wir haben genug Arbeit. Ja. Also, da ist nicht von der Hand zu weisen. Ich hätte mir vielleicht auch noch ein Gewicht für den Vögel kaufen sollen, ne? Dann mal, na ja. Ja, ja, ja. Okay, das weiß wir nicht. Oh, nix. Ne, beide ist zu viel. Lass mal einen runter. Kollege. Was machst du denn da? Geht schon wieder gut los. Endlich wieder Frühling, ne? Svenny ist wieder zu Hause. Ja, ist das schön hier. Ja, es ist einfach schön hier. Sagen wir, wie es ist. Deswegen habe ich mich auch für die Frühling wieder entschieden. Ihr wisst ja, da war ein Map-Update draußen. Da sind einige Sachen gemacht worden. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Und ich bin ganz ehrlich. Muss ja auch mal so ein bisschen Chili-Vanilli alles sein, ne? Gegen den letzten Tagen bin ich auch echt groggy. Meine Mama, das wird nicht weniger. Nur noch anstrengend. Und dann, ja, macht meine Mummel das nicht so mit. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Da muss man durch, ne? Ist halt so. Ach, das soll ein D sein. Ich dachte immer, das wäre eine Null. Dann hätten sie das auch mal besser auskleiden können, ne? Oder? Ja, sicher. Okay. Wir brauchen etwa treu bei der Pferde jetzt. Aber die Hühner haben jetzt mal Weizen. Wir haben ja auch noch Weizen in Druscht, ne? Dreschkasten habe ich auch noch nicht gekauft. Wie gesagt, wir sind die bettelarm. Wir haben gar nichts. Also, den Dreck unter den Fingernägeln. Und das besitzen wir hier. Aber mehr auch wirklich nicht. So, ähm... Oh, ne? Oh, ne? Ist klar. Wo kommst du denn jetzt? Denn erst mal hier sein. Sveni startet die Frühling, ne? So dölzig wie der ist. Ich denke, was ist denn hier alle zu komisch? Und denke, was hast du denn hier falsch gemacht? Und da auch falsch gemacht? Ne, ist ja kein Wunder. Zum Schluss habe ich die Frühling 2K23 gespielt. Und nicht die Frühling. Deswegen habe ich gedacht, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Weißt du? Ne, ist schon richtig. Ist ja Frühling. Und nicht Frühling 2K. Ja, Frühling 2023. Lass das so formulieren. Ja, weißt du? Ich wieder, ne? Natürlich. Wie könnte es ja auch anders sein. Nicht mit meiner Dölzigkeit. So ein Wasserfass müssen wir uns gleich noch ran organisieren. Wir müssten ja auch mal Wasser fahren, ne? Aber ich denke, wir werden so ein Wasserhydranten irgendwo hier ans Haus hinsetzen, ne? Ja, damit die auch gut zufrieden sind. So, geht die da ganz rein. Junge, habt ihr Kohlenampf? Was stimmt denn nicht mit euch? Sagt mal. So weit er läuft, ne? Ähm, das haben wir. Einen dritten Schlepper werden wir, glaube ich, nicht kriegen diesmal. Das reicht mir zwei Schlepper. Das kostet alle nur Kohle. Wir müssen jetzt gleich irgendwie einen alten gebrauchten Dreschkasten uns noch zulegen. Ja, danke dafür, Tablet. Ich bin immer wieder imprägniert. Wie das dann auf den Zünder gehen kann. Ne? Einen alten Dreschkasten müssen wir uns gleich noch zulegen. Ja, die Ernte. Also... Ähm... Sag doch mal. Das ganze Gemüse von Ankerbauer in Grünland. Das bröken wir ja alle hier, ne? Das ist ja so. Oh, Junge, Junge. Hast du gesehen? Oh. Moin, Katöfnökes. Hey, Sveni ist wieder da. Das ist jetzt schön hier. So. Äh... Gras. Gras war hier, ne? Hier war auch hier, oder? Reicht das erstmal? Sag mal. Junge, Junge. Die Kohldammwolle. Hast du gesehen? Das freut sich. Direkt hier hingesprindelt. Siehs? Ja, das läuft bei euch, ne? Hehe. Fresst mal. Ist alles umsonst. Von Händler. Für teuer Geld eingekauft. So, dat ham wir. Dann... Feuerfreu. Schauen wir ihn zu nennen. Oh, und was ist das? Weil wenn wir die Tiere nicht grundverseucht haben, brauchen wir gar nicht jetzt anfangen, ne? Das ist halt so. Das gehört dazu. Das muss man auch machen. Deswegen eben in Tieffluchen nach dem Händler. Weil das Wasserfassung anorganisiert. Das hat wir hier Wasser vorgen können, ne? Oder? Wie sicher. Moos, Moos, Moos. Moos. Anders geht's nicht. Wir sind nicht aufgepasst, Sven. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Wie oft sind wir hier schon den Weg lang gebrackelt, ne? Über 500 Folgen haben wir hier drauf gemeint. Wir starten nochmal wieder bei 1, ne? So ist der Plan. Wenn wir nicht da lang fahren, fahren wir hier drauf, ne? Ist ja kein Problem für uns. Wir sind ja hier. Multi... Boah. Hast du nicht gesehen? Spiegel ist noch dran, ne? Huh. Ich hatte schon gerade Augenbefürchtung. So, ich brauche ein Wasserfass. Nehmen wir so eine alte Schaukel. Gewächswasser haben wir nicht, ne? Geht hier auch noch Milch rein? Ne, hier geht nur Wasser rein, ne? 2000 Liter. Muss erst reichen. Breitreifen. Und jetzt können wir kaufen. Danke dafür. Rückwärtsgang reingeklappt. Diese Mä. Geht halt eigentlich hier auch mit meinem coolen Moped. Was ist denn drunter hier, ne? Kann man da was dranhängen, ja, ne? Chiptuning. Hier mit Breitreifen. Den kaufen wir. Den probieren wir jetzt auch. Ob das geht? Ich habe vergessen, dass ich keine Teleportation machen kann, ne? Ich habe auszusehen auch Mods von Server immer mit drin, ne? Das heißt nicht auszusehen, aber die sind dann halt mit drin, ne? Das vergesse ich immer. Hoffentlich können wir das Wasserfass da jetzt dran annehmen. Das glaube ich nämlich gerade nicht so. Weil ich es wieder verkehrt gekauft habe, ne? Wir müssen eben nochmal umkünftiger gehen. Hehehe. Ich will dies Moped gehen mir rein. Ich spiele darauf, dass Schworderhals. Ähm, ja, ähm, Wechselkirker. Ja, äh, 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 läuft. Wenn du es nicht findest, ist uncool. Hier, komm dann. Was kostet die Welt außer 250? Müssen wir nochmal verkaufen. Ja, wie ging das denn damit? Oder macht der automatisch Wasserfass? Kannst du auch Wasserfass? Nichts ballen wollen. Cheatram können wir gar nicht benutzen. Naja, egal. Wäre schön gewesen. Müssen wir halt ein Fogging legen. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, ähm, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020